Das chinesische Regime geht seit letzter Woche im ganzen Land hart gegen Dissidenten vor. Zahlreiche Menschenrechtsanwälte und Demokratieaktivisten wurden verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Der Pekinger Menschenrechtsanwalt Jiang Qianyong wurde am Samstag von der Polizei festgenommen. Es ist das zweite Mal in einer Woche, dass Jiang verhaftet wurde. Bereits Tage zuvor wurde er bei einem Treffen von Aktivisten in Peking festgenommen. Auch Anwalt Tang Zitian wurde bei einem Treffen verhaftet. Seitdem ist er verschwunden. Demokratieaktivist Fu Shen aus Xi'an sagt, dass Behörden ihn und andere Dissidenten kontrollieren. Ich wurde auf dem Weg zu meiner Mutter abgefangen. Sie schränken meine Bewegungen ein. Sie lassen mich nicht außerhalb ihres Sichtfeldes. Ich denke, das wird 15 bis 20 Tage so weitergehen. Meinen Freunden in Xi'an geht es genauso. Menschenrechtsanwalt Yu Shihui aus Guangzhou wurde am Sonntag, als er aus dem Haus ging, verprügelt. Ich bin sicher, Staatssicherheitsagenten aus Guangzhou haben mich verprügelt, weil das nicht das erste Mal ist. Ich wurde schon dreimal so aggressiv behandelt. Auch Rechtsanwalt Ni Yulan aus Peking, Aktivist Zhu Yifu aus Zhejiang und Professor Sun Wengguang aus Shandong werden überwacht. Einige glauben, dass chinesische Behörden hart gegen Dissidenten vorgehen, weil sie einen Aufstand wie in Ägypten gegen das eigene Regime fürchten. Andere denken, dass die Aktionen als Vorbereitung auf zwei wichtige Sitzungen der chinesischen Kommunistischen Partei dienen sollen, darunter der Nationale Volkskongress am 5. März.